Ein neuer Tag! Mann, es wird so dunkel hier draußen mit der scheiß Welt, Alter. Ich habe keinen Pader mehr, Alter. Ich bin ein armer Schlucker. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen Money machen, Alter. Guten Tag! Yo, Alter! Was geht? Ich brauche neue Aufträge, Alter. Hoffentlich hast du was Gutes für mich. So, das Geld hat wirklich nicht geklaut, das ist schon mal gut. So, dann steigen wir mal in mein neues Auto. Komm, komm, komm! Auf geht's zu einer weiteren Mission! Was soll das auch? Wahnsinnig schnell! Wuhu! Entschuldigung, du warst schon tot. Haben wir mal jemanden ein kurzes Rückrat, die da in gerankt. Wir sind aber auch nett heute. Oh! Wie sagt ihr, help me? Alter! Alter! Hier sterbt ganz schön. Alter! Alter, die... Die Assis! Die schießen auf mich! Ach so, ich kann nur noch eine Kiste tragen. Oh, ist das behindert. Ja, hallo! Laufen kann ich also auch. Oh, ein Helikopter wäre jetzt geil. Kann ich hier nicht einsteigen? Als ob... Als ob... Ich in kein Auto einsteigen kann. Hallo! Warum nicht? Ach so, das... Das sind keine... Keine Autos. Ich bin einfach nur da. Alter! Warum verfolgt ihr euch? Ich hab' nichts getan. Ich hab' nur eure Leute umgebracht. Ahh! Dann gucken wir mal, was mein Bruder von mir will. Uh! Ah! Der hat das Spiel leider nicht. Sonst würde ich den ja auch ins Spiel einladen. Schreib' mal jetzt in die Kommentare, dass er sich das Spiel kaufen soll. Vor allem du, Katrin. Huh! Ja, ich spreche meine... Meine Abonnenten mit Vornamen an, weil ich sie alle fast kenne. Ich das nicht toll. Ah, ich fahre übelst gut. Ah! Nein! Ich fahre nicht gut! Fahr! Fahr! Oh mein Gott! 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 Ne, ne, ne! Irgendwann muss ich mir auch mal ein paar Autos holen für meine Mission. Für diese, äh... CEO Mission, damit ich auch mal einen eigenen Helikopter habe, oder ein eigenes bestres Auto, was weiß ich nicht. Weil ich könnte nicht angehen, dass ich die ganze Zeit die Mission machen muss mit irgendwelchen Lappenautos und kein Helikopter und eher ohne Unterstützung. Na mit Felix, das war beim letzten Mal durchgelaufen. Das war echt scheiße. Das hat mich traurig gemacht. Aber dieser Part war trotzdem cool. Hab relativ. Viel schnippeln müssen, aber na gut. Ich fand nur den trotzdem unterhaltsam. Genauso wie diesen Part. Bitte jetzt liken. Danke. Auf Wiedersehen. So. Auf geht's nach Hause. Zum Lager. Jetzt können sie mich von mir aus verfolgen und abschießen. Das ist mir scheißegal. Ich sitze im Helikopter. Holen wir uns noch die letzte Kiste ab. Und dann gucken wir mal, was wir noch in diesem Part so an schönen Dingen anstellen. Ja doch nur. Ich bin doch schon offen. Oh. Nein. Aua. Ah. 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 Gut. Ah. Jetzt haben wir nur noch 4 Minuten Zeit. Ich wusste doch da war irgendwas besonderes an dem. An der Mission. Oh. Ich flieg ja ab. Erstmal zweimal gegen diese Scheiße fliegen. Alter. Ja. Helikopter fliegen kann ich. Scheiße. Ich mach Rauchspuren. Die. 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 Jetzt müsst ihr doch mal überlegen. Jetzt müsste ich mit meinem langsamen, behinderten Auto innerhalb von 4 Minuten hier durch die ganze Stadt rettern. Um diese Scheiße abzugeben. So fliege ich hier einfach lang. Oh. Guten Tag. Wow. Sagt Hallo Menschen zu meinem Bruder. Hallo Menschen. Ich hab schon zu meinen Abonnenten gesagt, du sollst du dir dieses Spiel kaufen. Für Spiel, Spaß und Spannung! Ja, wenn's da irgendwann mal rauskommt. Also, gestern hab ich gelesen, Ende des Jahres. Uh, siehste, mein Bruder hat die Insider-Moves des Jahres. So, jetzt müssen wir die Spezialfracht nur noch abliefern, innerhalb von 30 Minuten, das sollte ja machbar sein. Die Flugzeuge sind überhaupt nicht lang, dann zum Glück. 1 Meter! Ja? Siehste, ich fliege mit dem Flugzeug und es gibt 1 Meter. Ja, nicht wundern, mein Bruder wird wahrscheinlich gerade FIFA Ultimate Team spielen, ne? Hast du schon mal wieder jemand tolles gezogen? Ne, noch nicht. Ich hab gestern dieses, äh, Electrum Pack mir mit dem Scott Builder Challenge gemacht. Ach du Scheiße, jetzt kommt noch Helikopter. Was schalten sie aus? Ja. Ich schalte hier niemanden aus, äh, 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 auf jeden Fall. Ich war total behindert, da willst du die Spiele eintauschen. Er hat 6 Goldene, 6 Silberne und einer davon war selten. Bei mir war natürlich das Silberne selten. Oh, was? Oh nein, jetzt kommt noch ein Flugzeug. Alter, verpisst euch! Alter, jetzt kommt noch ein dritter Helikopter. Hilfe! Hilfe! Ach du Scheiße! Das wird witzig. Aber wir sind auch gut dabei. Wir versuchen jetzt einfach mal hier den ganzen Assets auszuweichen. Uh! Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott! Lass mich doch in Ruhe! Ich hab euch nichts getan. Sieht auch cool aus. Funtnale, Funtnale, Funtnale! Schön. Nein, ich hab gedrückt. Ja, stopp. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Oh! Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Oh nein! Oh nein! 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 Hä? Warum bin ich nicht erst bei dir? Warum bin ich nicht erst bei dir? Ich bin erst bei dir. Schau, Alter! Du bist der way du ist, Alter! Hallo, Lester! Ja! So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Action, Alter! Wow! Das schneide ich raus! Oh, bin ich scheiße! Ja, wir haben 200.000 Dollar und das Auto kostet 500.000! Hm! Ach, bin ich behindert, Alter! Warum habe ich so wenig Geld? Juhu! 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 Oh, Jungs. Alles abknallen, was uns in die Empfehre kommt. Mal hier ein bisschen für Zerstörung auf der Map sorgen, Alter. Geil. So, dann fliegen wir mal wieder zurück. Aber jetzt fliegen wir da durch. Wenn wir da sterben, dann ist es halt so. Oh, das sollten wir schaffen. Wow. Guckt euch diese Flugskills an. Oh nein, oh nein. Geil. Oh. 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 Oh, geil. Und aussteigen. Oh, du fette Kanada. Oh, da ist ein Pool. Da ist ein schöner Pool. Den kriegt man. Den kriegt man. Auch wenn wir jetzt dabei sterben. Ist mir scheißegal. Oder nehmen wir den Pool da vorne. Boom, Jungs. Das war stark. Danke. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wird eng. Das wird eng. Oh. Schafft was beim ersten Mal? Alter, wir können es schaffen. Oh. Ich habe es geschafft. Ich bin im Wasser gelandet. Oh. Aber dabei gestorben. Na gut. Ab zum Rennen. Die sehen alle witzig aus. Sehr witzig. Hallo. Ich habe ein Bart. Alter. Alter, sehen die schrecklich aus. Willkommen hier zum Rennen. Wir fahren jetzt im Ruiner. Der hat einen Fallschirm und kann springen. Das ist alles, was man dazu sagen muss. Jeden Ball, Mann. Jawohl. Einen perfekten Start hingelegt. Na, ich lande natürlich genau auf dem Auto. Ah, ist das bitter. Da wollte ich schön Zeit sparen, indem ich mit dem Fallschirm ganz, ganz spät erft nutze. Aber hier geht es echt darum, wer hat die besseren Skills. Mit den Ruiner. Nice. Wir sind Zweiter auf jeden Fall. Aber hinter uns ist einer, der kriegt jetzt wahrscheinlich Windschatten. Ja, er hat Windschatten bekommen. Aber jetzt bekommen wir Windschatten. Nein. Oh, was war denn das? Ach, das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Wie bin ich da? Hä? Wie zur Hölle bin ich da hängen geblieben? War das ein Bullshit, Alter? Oh. Wow. Ein übelster Bullshit, Alter. Ich bin genau auf den Booster gelandet. Hä? Na, das muss ich mir mal beim Schneiden angucken. Oh, Mann. Und dadurch bin ich jetzt 5 da. Schiebung, 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 Schiebung. So. Ach, den falscher brauchen wir hier nicht. Du musst ja eigentlich nur springen. Oh. Da ist hier noch ein gestorben, das ist schon mal sehr gut. Aber wir sind sicher 5 da. Aber vor uns ist auch weit und breit keiner. Wow, 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 wow. Ah, da sind wir fast wieder scheiße gelandet. Aber da vorne ist endlich einer. Da ist der 4. Oh, und der 3. Sehr gut. Der ist gut gesprungen. gut gelandet jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen bewusst ich wollte gerade sagen nein 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 gut gelanden sehr gut gut der dritte und der zweite ist vor uns der erste hat auch scheiße die habe scheiße genommen die habe ich richtig scheiße genommen die kurve und die sind alle beieinander oh ja der hat ein unfall gebaut oh ja nice hallo guten tag nein er will mich drehen er will mich drehen er schafft er schafft er schafft oh nice das hat er stark gemacht da hat er mich gut gedreht ich hätte ja mit dem sprung ausweichen können ah ja das vergesse ich das muss ja geht aber den hole ich mir das hat auch nicht umsonst gemacht na warte passier aus du ich komme gleich vorbei alter mit meinen 50 kusengos da hat man wirklich kaputt gemacht das wirst du ja büßen das wird deine versicherung nicht bezahlen so jawohl nice gibt es zwei runden ja es gibt zwei runden hoch nice war das immer übel zweit geflogen nein nein wir sind zweit geflogen wir sind zweit geflogen scheiße ich habe den checkpoint verpasst aber wie scheiße bin ich auf einer skala von 1 bis 5 bin ich 10 ich sag noch so geil dachte noch so geil jetzt kann man richtig geil abkürzen ist das lächerlich bin ich scheiße aber das ist ja nichts neues ich glaube das kennt ihr mittlerweile dass ich scheiße bin nicht drehen nicht drehen aber das wird jetzt ein schweres rennen noch auf dem treppchen zu werden alles klar auf dem treppchen zu kommen wird schwierig weil wenn ich so scheiße fahre nice diesmal hatte er das problem dass er so scheiße gelandet ist man ich weiß nicht warum nice 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 da vorne ist der fünfte hat das war scheiße gelandet aber wir können es noch schaffen wir können es noch schaffen jungs und mädels natürlich auch wir schaffen das 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 wo ist der fünfte irgendwo da vorne nice aber gut der war gut gelandet ach weil ich ein check wenn ich gekriegt habe man weil er mich vorhin gedreht hat sonst wären wir wahrscheinlich schon auf dem treppchen aber die machen da vorne auf jeden fall noch übelsten radatz die ersten hoffentlich dann können wir von hinten kommen und die übelst wegbouncen und dann werden wir noch vor vor haben wir ein lack dass der noch in der sparen phase war sonst haben wir den jetzt übelst rein gefahren nice nein fünfter wir sind wieder fünfter jungs und mädels oh der hat sich auch gedreht ach das ist einer der letzten nein er macht es nicht ist das ein koden nein auch bin ich scheiße gelandet auch bin ich scheiße bin ich behindert oh nein der sechste war da du weg kommst war leider der falsche oh nein ist das der fünfte oh ja wir sind hier alle beisammen nice vierter wir sind vierter wir sind vierter aber wir geben jetzt windschatten ab oh nein er hat es beendet er hat es beendet können wir noch dritter werden nein ich glaube nicht scheiße jetzt müssen wir wenigstens vierter werden oh nein das wird eng 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 ja 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 boah haben wir ein lack ich meine natürlich skill das war alles skill das war alles geskillt oh der ist mir schön gelandet oh der ist mir schön gelandet wir haben es geschafft ja vierter hätte noch gar nicht vorn brauchen wir mal vierter werden nein so eine scheiße weil ich ein checkpoint verpasst habe na gut menschen der neuzeit und allzeit und generellen zeit oh ja ich bin aufgestiegen in diesem sinne würde ich sagen das war's mit dieser folge gtl5 gewesen morgen kommt dann wieder minekraft und dann ist was haben wir heute mittwoch freitag kommt dann noch mal black ops und dann am samstag rocket league da wisst ihr erstmal bescheid und schaut bei den anderen videos vorbei und ja machts gut tschüss